ja servus leute und heute zeige ich euch die ap methode um euer samsung gerät zu routen ich habe hier ein samsung galaxy s 10 und das werden wir heute mit der ap methode routen vorweg erst mal ja warum jetzt die ap methode und nicht die boot image methode und welche methode mache ich am liebsten also selber benutze ich am liebsten die boot image methode dies war ein bisschen schwerer aber dafür schneller weil bei der boot bei der ap methode müssen wir nämlich größere dateien immer wieder hin und her transferieren was viel zeit kostet und ja das mag ich halt nicht so aber manche geräte funktionieren halt nur mit der ap methode und andere geräte gehen nur mit der boot image methode viele geräte gehen aber mit beiden methoden also zum beispiel s 9 s 8 sowas gehen in der regel sogar mit beiden methoden s 10 zickt gern bei der boot image methode da ist besser die ap methode s 20 mag nicht die ap methode da lieber die boot image methode die ganzen geräte welches wo mit welcher methode funktioniert stehen alle in der beschreibung die mir jetzt auf anderen die anhiebein fallen es funktioniert in der regel immer einer der beiden methoden schreibt in die beschreibung gerne in die kommentare gerne welches gerät ihr damit erfolgreich geroutet habt das werde ich dann einfach in die beschreibung hinzufügen so nun fangen wir an also ich habe hier ein s 10 ein kunden handy er hat hier gerade also wie man hier wunderbar schön sehen kann meine handycam hier wenn man die einstellungen das ist ein bisschen blöde sieht man ja nicht ganz so gut so ok dann halt immer diese vorbereitung so ich habe hier im bezieb das s 10 herr wunderschöne das ist das habe ich nur gewartet ja egal wir gehen jetzt mal in die einstellungen und können auch schon unten in der telefon info nach der modellnummer daher nicht alle modellnummern gehen genauso wie sie bei der genau wie auch bei der boot image methode ist es wichtig dass euer gerät ein exynos prozessor hat sprich die modelle man muss enden mit ffn fb geht auch und noch so ein paar also wichtig ist dass euer handy ein exynos prozessor hat welches garantiert kein exynos prozessor hat ist wenn euer gerät mit u u1 oder v endet dies hier haben snapdragon kein exynos die ging garantiert nicht mit dieser methode machen wir weiter also das schräg schicht die s heißt einfach nur dual sind das könnte ignorieren das heißt einfach nur dass ihr zwei sim karten reinstecken könnt also irrelevant so gehen wir nun weiter in die software informationen in den software informationen sehen wir auch dass hier android 11 drauf ist und dass wir die bult nummer mit neuner bit haben da hier in das u9 falls ihr das erkennen könnt heißt dass wir ein neuner bit haben so jetzt brauchen wir erstmal die modellnummer die modellnummer war g 973 f wir laden uns erstmal die firma herunter die wir brauchen hier bei sam fw oder wo ihr wollt es gibt mehrere möglichkeiten die für wir zu bekommen wie freezer hier sam fw sam mobile und so weiter wir geben einfach hier die modellnummer ein klicken einmal da drauf gehen dann hier auf dbt und wir müssen jetzt die richtige wieso unterlagen so wie gesagt wir haben hier wird neun man kann es hier mit der maus zeigt euch auch mal gern und zwar genau an der stelle hier hier steht u9 das ist das ist euer bit wir können nur neun oder neuer nehmen es ist hier ein 10er zur auswahl geben würde können wir auch zehn nehmen aber nicht mehr acht wir können nur das gleiche nehmen oder höher die person die mir das handy geschickt hatte hat mich nach hat mich gefragt ob es möglich wäre darauf android 10 zu installieren was wir auch machen werden also ist möglich weil bit version ist 9 haben wir android 11 und android 10 würde es android 9 haben möchten haben wollen hier das ist jetzt mit 1 ist gar nicht mehr gehen weil es viel zu alt ist so also laden wir jetzt hier für android 10 bit 9 runter einfach mal hier das was gerade noch geht mit bit 9 und laden die website laden sie über die website einfach mal runter das dauert ein kleines bisschen in der zwischenzeit machen wir weiter am handy am handy müssen wir jetzt die oem entsperrung durchführen wir ziehen einmal hoch gehen die einstellungen na ging auf telefoninfo tippen ein paar mal auf die pultnummer bis die entwickleroptionen aktiviert wurden tippen zurück tippen noch einmal zurück gehen ein bisschen nach unten und tippen auf die entwickleroptionen und dort finden wir keine oem entsperrung wenn wir das nicht finden dann nicht ja mal keinen keine angst wir gehen wir schalten erstmal das wlan an ich werde kurz das gerät mit dem wlan verbinden dauert auch nicht so lang so so das gerät wird jetzt mit dem wlan verbunden gehen wir zurück gehen jetzt wieder die einstellungen tippen einmal die zurück taste gehen wieder in die entwickleroptionen und es ist immer noch nicht da kein problem nochmal die zurück taste oder schließen einfach mal komplett die einstellungen öffnen diese neu gehen noch mal nach unten entwickleroptionen und hier sind sie jetzt die oem entsperrungen dieses bitte einmal aktivieren perfekt und jetzt das nächste wir machen jetzt das gerät aus ausschalten so das gerät fährt jetzt herunter genau und jetzt müssen wir schauen wie wir mit diesem gerät in den download modus kommen wie kommen wir mit dem gerät in den download modus ist bei jedem gerät ein bisschen unterschiedlich ich selber benutze dafür google ein moment ich zeige euch wie ich danach google ich google so danach eigentlich sehr simpel und zwar sieht die ganze sache nehme ich dann einfach so aus ich google hier ganz klassisch S10 download mode und am besten empfehle ich euch die seite von hard reset info gibt es meist auch auf englisch oder deutsch aber wir wollen ja deutsch so und hier steht es wunderschön einmal das gerät ausschalten dann sollte man hier lautstärke verringer und die bixby taste drücken so die sind auf dieser seite und dabei das handy an am usb kabel anstecken also ich drücke die beiden tasten stecke das gerät an so oder wie man sehen kann bin ich jetzt im download modus so nun ich habe hier drei optionen habt ihr jetzt hier nur zwei optionen könnt ihr das jetzt einfach ignorieren was ich jetzt mache ok nur für die leute die jetzt hier drei optionen haben bitte jetzt kurz aufpassen ich sage wann es weiter geht für die leute die auch zwei optionen haben eigentlich ganz einfach nur dieser eine schritt eigentlich so und zwar drücken wir jetzt hier wenn wir drei optionen haben lange lautstärke hoch jetzt wird hier oben gefragt unlock bootloader steht jetzt da oben lock bootloader dann ist euer gerät schon entsperrt wenn ihr jetzt hier ja drückt wird euer gerät wieder gesperrt so wir wollen sie entsperren also unlock bootloader also ja wir tun das laufstärke hoch für ja jetzt wird unser gerät entsperrt dabei werden aber alle daten zurückgesetzt bitte sich eure daten ich hoffe ihr habt es jetzt nicht zu spät gedrückt nicht schon gedrückt bevor ihr daten gesichert hat so ne dann kommt auch das hier solange das hier kommt heißt das euer gerät ist entsperrt ok heißt ist das da dann nicht mehr da rein so ok euer gerät ist entsperrt das handy wird es komplett zurückgesetzt es dauert ein bisschen in der zwischenzeit zurück zum pc ok am pc brauchen wir noch odin also die alle links sind wie gesagt in der beschreibung wie immer einmal drauf tippen hier dann download noch da ladet ihr euch hier unten gleich die zip datei herunter ist auch schon fertig wunderschön so laden wir unten gleich die zip datei herunter ja diese einmal entpacken dann habt ihr ein ordner wie diesen und in diesem ordner haben wir dann eine excel so dann brauchen wir noch mal gisg app die 221 hier einfach einmal download mal gisg app dann ladet ihr euch hier das hier runter habe ich auch schon ist hier so so ja genau jetzt als nächstes zurück zur firma woher ihr habt es nun hier auch eine zip datei diese zip datei einfach mal rechtsklick dateien entpacken dann ok das dauert auch eine kleine weile könnt ihr hier sehen ich mache jetzt kurz ein cut so nun die firma ist im park wie ihr sehen könnt das handy habe ich gerade noch kurz komplett übersprungen also den ganzen einrichtungen assistent habe ich mal kurz zurückblättert ja also wir haben hier den ordner und hier haben wir das handy ok das handy hat es gerade keine verbindung mal kurz zurück zack zack stecken das einmal ganz kurz an hier einmal zulassen tippen so und jetzt machen wir bei der ap rechtsklick kopieren gehen aufs handy und tun sie einfach einfügen dann nehmen wir noch die magisk und fügen sie auch ein in der zwischenzeit können wir zurück zum handy gehen gehen wir nach unten hier rein hier runter telefoninfo also gehen einfach die entwickleroptionen wieder schalten die entwickleroptionen wieder frei zack zack so entwickleroptionen so wir sehen die oem entsperrung nicht die müssen wir nämlich auch wieder sehen um zu schauen ob alles funktioniert hat so wir mit uns wieder mit dem wlan so auch nö jetzt durch die neue verbindung solch einen kleinen wackeler drin gehabt normalerweise fasse ich das nicht aber nicht an jetzt muss ich das mal kurz noch mal neu machen also gelegt sc zack zack genau also die ap aufs handy so gut und gehen wieder zurück in den entwickleroptionen und voilà die oem entspannungsfrau hinterlegt das schon mal ganz gut ist dann kann man es nicht aus Versehen ausschalten weil es wenn man die oem ja wie bekannt ausschaltet also wieder ausmacht die entsperrung dann ja hast du das handy so gesehen gesperrt also dann ist kannst du das handy neu aufsetzen so also passt es und ja wir warten jetzt auf die ap bis auf den handy ist okay weil ich fasse das nächste mal nicht an so wie ihr sehen könnt ist die api nun drauf ich schiebe jetzt noch die magisk app drauf so brauchen wir erstmal nicht zurück zum handy einmal nach oben ziehen gehen hier auf eigene dateien und installieren mal kurz die ab jetzt immer ganz kurz die magisk app einstellungen zack zurück und installieren dauert gar nicht so lang und sobald es nicht fertig ist drücken wir hier auf öffnen dann hier auf installieren nächster schritt dann hier auf eine datei auswählen die drei punkte oben anzeigen oben dritte striche aufs handy gehen und dann die ap auswählen dann hier auf los geht's das dauert eine kleine weile ungefähr eine minute wenn überhaupt also es dauert ein bisschen aber es geht ähm was brauchen wir noch in der zwischenzeit eigentlich nichts wir brauchen noch die ap die gepatcht wird dann hier müssen wir drauf tun über odin und das war es dann schon fast dann zeige ich euch noch den spezial boot bei den 10er rein und dann zeige ich euch noch wie man magisk einstellt das war's dann kurz cut bis es fertig ist so wie ihr sehen könnt ist es nun fertig was wir jetzt machen ist ähm wir greifen nämlich jetzt einfach auf send zu gehen hier unter downloads ok was dauert es jetzt so lang machen wir es easy gehen nochmal ein schritt zurück stecken es einmal ab stecken es einmal an tippen hier unten auf zulassen sobald es kommt wo das kommt nicht dann gehen wir unten auf rechts hier ist 10 tippen hier drauf da ist es jetzt und bei download haben wir jetzt hier eine magisk patchit.h einmal rechtsklick einmal kopieren zurück 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 wo die führung hier drin ist und zwar hier rechtsklick und einfügen dauert wieder eine kleine weile das ist was ich meine deswegen mache ich die boot image methode ein bisschen lieber weil das sind nur kleinere dateien und dann geht es ein bisschen flotter das ist so viel wartezeit dahinter bei der ap methode so viel wartezeit bis gleich so die firmware ist nun wieder dort wo auch also die der patch meine ich ist nun da wo die firmware ist so als nächstes bringen wir das handy wieder in den download modus sprich also ich mache das geht jetzt wieder aus ausschalten mach die kombi also bixby los stecke runter stecks an ich war wohl ein bisschen zu schnell kurz warten bixby los stecke runter und steckern jetzt also jetzt bin ich hier drin und nun drücken wir hier einmal nur einmal volumen hoch so und das handy ist nun im download modus jetzt öffnen wir odin haben wir wunderschnell runter geladen einmal drauf tippen hier zack ok und dann drücken wir auf bl wählen uns dann hier die bl aus drücken auf die ap wählen uns hier die ap aus und zwar die was wir jetzt neu gepatcht haben also nicht die ap sondern die gepatchte wählen cp aus und nehmen cp und mit csc und nehmen jetzt die normale csc nicht die home gehen hier auf options moment ist auch ein kleines bisschen so gehen hier auf options und machen hier auto reboot aus so nun das handy hat schon einen kleinen wackel also gleich mal neues kabel mal besorgen also ich habe ich genug kabel da so das handy wird erkannt aber ich möchte das kabel safe hinlegen dass es mich jetzt nicht stört so ok nämlich nicht drankommen und drücke jetzt hier start das dauert eine kleine weile wir sehen uns wenn es fertig ist die ist nun fertig jetzt steht hier wunderschön pass jetzt müssen wir nämlich direkt es ist jetzt sehr wichtig wie wir drücken wir müssen es direkt vom download modus in den recovery modus kommen das ist bei jedem handy eigentlich gleich also außer man hat noch eine bixby taste wie jetzt in dem fall oder eine home taste dann drückt ihr die noch dazu ok also ihr drückt alle tasten außer die lautstrecke tasten jetzt ok in dem fall jetzt power und bixby und lautstrecke runter ist ein bisschen schwer zu zeigen ne ok also bei dem s10 jetzt zum beispiel er hat neben den lautstrecke tasten noch eine bixby taste es kann sein dass andere handy wie s8 oder s7 noch eine home taste haben dann drückt ihr die auch noch mit dazu oder keine bixby taste und so weiter also erstmal alle tasten drücken außer die die volumen tasten sowie alle tasten plus jetzt volumen runter also bixby power und volumen runter ist bei dem handy jetzt und sobald der bildschirm schwarz wird wechseln wir von lautstrecke runter auf lautstrecke hoch und bleiben drauf auf den tasten bis wir sind das dauert ein bisschen da können gerne mal die finger blau werden naja das ist normal das fährt nochmal hoch zum s10 typisch hauptsache drauf bleiben bis man drin ist so das ist das menü das hier brauchen wir sie dann so aus wenn ihr da drin seid habt ihr es nicht geschafft ihr steht in einem boot loop drin oder sonst was kein problem falls ihr jetzt ein boot loop also ständig statt immer neu und immer neu und ihr habt es nicht geschafft da rein zu kommen chill bleibt ruhig alles gut das handy könnt ihr jederzeit wieder in den download modus bringen bringt das handy einfach wieder in den download modus sprich wenn es immer wieder hoch und runter fährt dann drückt die kombination für den download modus dass ihr wieder im download modus seid steckt das handy hier wieder an steckt das handy wieder wunderschön hier unten an zack drückt ihn nochmal start damit man hat dann versucht es nochmal ihr könnt auch vielleicht sogar direkt trotzdem noch ein recovery minus recovery minu kommen vielleicht schafft es dann nochmal vielleicht geht es sogar auf jeden fall wenn ihr dann hier drin seid gehen wir hier auf white data factory reset im rüssel hingehen hier zack drücken einmal die powerstaste zum bestätigen gehen einmal runter bestätigen bestätigen das so das handy wird einmal zurückgesetzt kommt unten so ein command so und dann hier oben reboot system now einmal powerstaste drücken dauert ein kleines bisschen das handy wird es ungefähr fünf bis zehn minuten kann saubern das handy ist wieder komplett platt gemacht also es ist wieder alles resettet alles weg deswegen habe ich auch vorhin alles übersprungen also wir warten jetzt einfach bis es weit fertig ist und bis gleich so das handy ist wieder komplett hochgefahren wir sehen können eine einrichtung assistent habe ich wieder komplett übersprungen und dann ja schon mal und zwar wir ziehen jetzt einmal hier noch oben und warten auf eine app die heißt magisk so diese scheint nicht zu kommen das ist man nicht wundern bei der 10er modellen ist das normal 10er modelle brauchen einen spezialstart der spezialstart bei den zähne modellen ist bescheuert sie haben eigentlich nur die zähne modelle also ich habe ein zwanziger hier ist mein haupt handy das hat es nicht das hat tatsächlich nur die zähne reihe so wie ich das mitbekommen habe und ja normalerweise hat das hier eine magisk app aber jetzt brauchen wir für die 10er reihe weissen es 10 ist den spezialstart den erkläre ich jetzt mal ganz schnell so das gerät ausschalten wieder ausschalten so und der spezialstart funktioniert so ihr drückt jetzt die power taste die bixby taste und die hochtaste die drei tasten ok ich drücke dir jetzt halt diese tast noch gedrückt so die warnung kommt und dann genau wo das gar kurz geblinkt hat da kurz dann kann die aufhören oder kurz gesagt wenn ihr das fenster hier sehen könnt dann noch 1 2 sekunden und dann braucht ihr nicht mehr drücken weil bei android 11 zum beispiel kommt nicht mehr dieses kurzes blinken weil android 11 damit auch funktionieren da kommt nicht mehr das blinken da haltet ihr einfach wo dann dieses fenster sieht mit der warnung halte die einfach für so circa drei sekunden dann wenn wir als einmal hier hochgehen sollte jetzt die magisk app kommen dann hat das handy root und dann hat dann ist das handy so gesehen im root modus so es sollte eigentlich nicht allzu lang dauern und die app kommt wir könnten mal das handy auch schon mal mit den wlan verbinden so gehen wir mal runter bleiben hier mal drauf und verbinde mich mal ganz kurz mit den wlan so wie ihr sehen könnt die app ist sogar schon da vor dem wlan verbindung ja also ich habe jetzt wie ihr sehen könnt ist nicht mal verbunden jetzt ist verbindet und die app ist auf jeden fall jetzt hier so wir brauchen nämlich wlan für das hier drauf und dann würde im ziel denn einrichten natürlich einfach okay wenn dieser fehler kommt dann keine panik wie die installieren dass wir das ist nur der manager der root ist ja trotzdem noch drauf einmal auf die installieren tippen hier einfach okay wir stecken das handy einmal an tippen hier gleich auf zulassen öffnen hier mal kurz das handy und ziehen jetzt diese magisk apk die wir schon mal drauf hatten wieder drauf gehen hier einmal drauf gehen hier auf eine datei hier auf internen speicher gehen aber ganz unten installieren die apk einstellungen aktivieren zurück und installieren so ich jetzt die apk und ihr könnt sehen wir haben root ok jetzt hier einmal öffnen und voila einmal jetzt hier noch ok drücken wir könnt ihr schon sehen hier ganz klein 22.1 es ist installiert ich habe root hier einmal auf ok tippen dann neu startet das handy in fünf sekunden aber bei sc natürlich das könnte könnte natürlich sein bei sc ist es so wenn es ein neustart macht dann bleibt mal der root nun mal nicht es ist immer so eine 50 50 chance bei mir bis jetzt immer gewesen mache ich mache das handy in den neustart kann sein dass es mit root neu startet oder ohne root wenn es jetzt ohne root neu startet habe ich es extra wieder ausmachen und wieder diesen spezial start machen so einmal kurz die powertaste drücken damit man es bis hin skippen 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 so dann fährt es gleich hoch und dann können wir sehen das handy hat root wenn jetzt hier oben ich zeig euch gleich na steht dann heißt es ihr habt kein root das heißt ihr habt dann die kombination nicht richtig gedrückt oder zu kurz oder zu lang je nachdem wenn ihr in recovery menü reinkommt da wo wir ja vorhin schon waren mit den ganzen reboot system bla bla dann habt ihr zu lang gedrückt damit geht einfach auf reboot system now das handy fährt wieder hoch macht das handy wieder aus und ja macht das handy wieder aus und versucht es nochmal habt ihr zu habt ihr zu kurz gedrückt habt ihr kein root das ist echt bis schießen das ist echt ein bisschen scheiße bei den szenen modellen also as 10 s 10 light s 10 plus note 10 das ist bei jedem so ok auf jeden fall könnt ihr sehen wir haben jetzt hier 22 1 das hier unten ist nämlich der die app die app ist nicht der root ok oben die magisk 22 1 das ist der root der version 22 1 ist jetzt installiert und es hat auch funktioniert wir gehen hier einmal verstecken tippen hier auf das radl gehen hier ein bisschen runter aktivieren magiskite und verstecken einmal die magisk app diese nenne ich jetzt hier in meinem fall ich nehme das handy in die hand weil ich das schöner schreiben kann smart tech m für manager drücken wir auf ok nachdem ich ok gedrückt habe drücke ich nichts ich warte einen moment dass die app sollte normalerweise sich jetzt schließen und neu starten normalerweise komischerweise ist es sehr oft so dass beim ersten mal es spackt ja wie ihr sehen könnt habe ich jetzt zwei apps die erste original hat sich nicht deinstalliert wenn das so ist wenn ihr sehen könnt okay ich habe jetzt hier zwei apps irgendwas passt nicht oder gar nicht es hat gar nicht funktioniert keine panik ist es komischerweise ganz oft beim ersten mal so dann die ist halbe sekunde zu spät dann sehen sie einfach das original es lässt sich nicht gerade die installieren kann mich auch mal passieren ich tippe einmal drauf hier steht nichts von denen sie mich da drauf tippe auch nicht aber ja also es lässt sich wie gesagt es hat nicht die installieren hier oben stehen die deinstallation hoppla da oben haben wir die deinstallation sachen gefehlt wenn das passiert dass ihr das hier nicht deinstallieren könnt das ist auch kein stress wie schon einmal das gerät aus oder versuchen einen neustart wenn wir glück haben bleibt er gut wenn nicht müssen wir die spezialstart machen diese zähne modelle sauge ich liebe die politik auch beim routen können die gern mal zicken nochmal skippen ja auf jeden fall stellen wir jetzt die verstecken modus und das sind fertig dann hat das handy gut und dann habt ihr auch schon die groben einstellungen weil das sind auch gleich mal die groben einstellungen die wir machen sollten damit dann ihr im anschluss die meisten apps ohne probleme benutzen könnt so einmal die hoch einmal jetzt hier wieder hochziehen so jetzt könnt ihr das echte installieren drauf so jetzt ist das deinstallationszeichen da da haben wir wieder ok tippen wieder auf markus gehen wieder aufs radl ok wie ihr sehen könnt ich habe jetzt hier kein ruht na ist kein ruht also spezialstart einmal das handy ausschalten und dann diese geile kombi drücken war nicht schwer ammoniak so ok gut also ich drücke die kombi wieder bixp lautstärke hoch und power ein bisschen zu früh wahrscheinlich gedrückt und nochmal ich drücke die drei tassen halt diese auch gedrückt so das kam kurz aufbringen das war eine wie ihr merken konnte circa zwei sekunden zwei drei sekunden so das handy soll jetzt hochfahren und jetzt sollte es wieder ruht haben so stecken das ist einmal wunderschön an ja brauche ich für später muss ich dann noch mehr machen für den kunden so ok das handy fällt jetzt in ruhe hoch ganz gechillt so ziehen wir einmal nach oben ziehen wir einmal nach oben ziehen wir einmal nach oben so sehen wir die magisk app und wir können sehen es ist wieder router 22.1 zählt mir aufs radl gehen ein bisschen nach unten und machen das versuch nochmal verstecke die magisk app das musste mich erfolgreich einmal sein ansonsten habt ihr danach ein paar probleme mit manchen apps so ich nenne es wieder smartech minus drücke hier einfach auf ok warte drücke nichts ich warte einfach nur jetzt mal das funktioniert beim zweiten mal das bei mir immer funktioniert ja wie ihr sehen könnt es hat funktioniert hier einfach einmal auf abbrechen tippen dann gehen wir einmal weg und wie ihr sehen könnt das original hat sich diesmal deinstalliert und die geklonte version ist da so ihr habt ruht also dann